Wie unbeschwert war unser Leben als Jugendlicher und vor allem wie groß und vielfältig waren unsere Träume und Wünsche, als wir dachten, uns gehört die Welt. Als uns dann die harte Wirklichkeit in Form von Lehrjahren, eigener finanzieller Verantwortung und dem immer teurer werdenden Leben einholte, vergaßen viele ihre wirklichen Träume. Doch mal ganz ehrlich, sind es nicht unsere Träume, die unser Leben so lebenswert machen? Es heißt doch, der Weg ist das Ziel. Nur, wenn wir keine Träume und Wünsche mehr haben, welchen Weg haben wir dann? Sind wir dann nicht wieder fremdbestimmt? Mein Anliegen ist es, den Menschen Techniken und Möglichkeiten an die Hand zu geben, eben diesen Träumen wieder mehr Platz im Leben zu geben. Und somit ein glücklicheres und auch erfolgreicheres Leben zu ermöglichen. Erkenne deine wirkliche Macht und verändere dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen. Herzlich Willkommen, ich bin Nuri Thirit. Ich werde dir helfen, dich wieder an deine Träume zu erinnern und auch diese zu realisieren. Ich werde dir all mein Wissen über 10 Jahre Erfahrung in einem gesamten Bündel zusammenfassen. Was hat funktioniert und was nicht so gut? Eines steht fest. Niemand kann dir helfen. Hilf dir selbst. Werde ein Alpha Träumer und bestimme dein Leben selbst. Auch ich kann dir nicht helfen, wenn du nicht bereit bist, dir selbst zu helfen. Unsere erste Aufgabe ist also, ein Warum für deine Träume zu finden. Die Verbesserung oder Veränderung kann nur dann zum neuen Muster werden, wenn du eigene Erfahrungen machst. Da kann ich dir so viel sagen, wie ich will. Egal, ob das ein Professor, Professor, Doktor, Doktor, Psychologe, Guru Mental, Tony Robbins, Trainer, Coach oder Schumane das perfekte Muster für deine Träume geben könnte. Du wirst garantiert innerhalb von ein paar Stunden schon unbewusst wieder zurück in deine alten, festgefahrenen Muster fallen. Mit Sicherheit und Garantie. Auch Bücher, Kurse oder Seminare werden dir nicht dabei helfen, solange du nicht selber Erfahrungen gemacht hast. Erst dann werden deine alten Muster neu überschrieben. Was kann man also tun? In diesen Bereichen kann ich dir helfen, echte Erfahrungen zu machen, die dich zu deinem Träumen immer näher bringen. Diese neuen Muster werden automatisch Verbesserungen in deinem Leben bringen. Charismatisch zu wirken, blockierende Muster loswerden, vielleicht eine gute Figur erreichen und dabei essen, was man will. Selbstbewusst werden, Angstfreiheit erlangen, Unaufhaltsamkeit, visionär denken, mutig handeln, glücklich fühlen, mehr Freizeit, mehr Freiheit, Scharfsichtigkeit, Lebendigkeit, Kraft, Gesundheit, Talente erweitern, egal ob beruflich, sportlich oder künstlerisch, entdeckend sein, geniale Intelligenz und vieles noch mehr. In all diesen Bereichen konnte ich bereits seit über 10 Jahren schnell und effektiv helfen. Hunderte von Nutzern haben sich bisher zurückgemeldet mit ihren fantastischen Erfahrungen, Erfolgen oder plötzlichen Erlebnissen wie Selbstsicherheit, Karriere, Liebe, Gesundheit, Loslassen. Auch die Einsamkeit hatte ein Ende. Jeder hat einen anderen Herzenswunsch. Damit ich dir auch wirkliche Ergebnisse zeigen kann, die um und in dich passieren werden, lade ich dich zu meinem Traumakademie, hilf dir selbst, lebe deine Träume ein. In der Traumakademie bekommst du nicht nur Tipps oder Sprüche, sondern echte praktische Übungen, die dein Unterbewusstsein damit versorgen, dass echte Ergebnisse automatisch und schnell folgen werden. Im Laufe des Akademies wirst du von mir genügend Beispiele erhalten von denen, die es geschafft haben und heute ihren Traum leben. Mal geht es tatsächlich schnell, unglaublich schnell, wie ein Wunder. Und manchmal braucht es eben seine richtige Zeit. Denn vielleicht muss vorher etwas anderes passieren, damit der Traum mit Genuss ausgelebt werden darf. Sei gespannt. Ich begleite dich auf eine abenteuerliche und unterhaltsame Art, auf einen unaufhaltsamen Weg zu deinen Herzenswünschen. Heute bekommst du die Chance, die Traumakademie kennenzulernen. Die allerbesten und effektivsten Unterbewusstseinswerkzeuge, Tipps, Tricks, die dich schnell voranbringen werden, gebündelt in einer Energieform. Ich zeige dir innerhalb sieben Tagen alles, was auf dich zukommen wird. Somit hast du den perfekten Einblick und machst sofortige Erfahrungen, ob wirkliche Erfolge bei dir sichtbar werden und wir nicht nur darüber geredet haben. Falls du innerhalb sieben Tagen keine Verbesserung oder Veränderung verspüren solltest, wirst du nie wieder von mir hören. Denn dann bin ich nicht der Richtige für dich und du brauchst unbedingt einen anderen Traumbegleiter, wenn dir deine Träume wirklich, wirklich wichtig sind. Heute kannst du dich für sieben Tage hineinspüren, ob die Traumakademie für dich wirklich das Richtige ist. Trage jetzt deine E-Mail-Adresse ein und erhalte Tipps, Tricks und viele praktische Übungen. Die Alpha-Phase Traumakademie ist jetzt deine große Chance, dein Leben auf ein vollkommen neues Niveau zu heben und so zu leben, wie du es für dich richtig hältst und nicht wie andere es von dir erwarten. Lebe deine Träume, sei dir wichtig, erschaffe deine Vision mit System. Dein Traumbegleiter, Nuritirid. Ich freue mich auf dich. Bis gleich.